OpenBot! Ich bin noch hier, Sir. Ja, aber mein Viziergerät nicht. Wenn mein Speicher nicht komplett beschädigt ist, dann liegt es auf dem Schreibtisch, Sir. Dann überprüfen Sie Ihren Speicher, aber ein bisschen plötzlich. Wie Sie wünschen. Das bringt nicht viel. Oh, das versuche ich. Der hat bereit. Was war das? Schon besser. Ich habe eine Idee. Na. Ah, Sie haben ein Ballanzer, als Sie dürfen, Dankes. So. Hm? Bist du Apollo? Sprich mit mir, hast du gehört? Die Dataset verflückt. Ja, komm. Bla, 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 bla. Kann ich jetzt endlich was machen? Ich darf jetzt auf dem Fenster. Ach, scheiße. Der Rhein ist ein sehr schöner Fluss. Ähm. Das ist das Fenster. Nee, kann ich nicht. Das ist das Fenster. Nee, kann ich nicht. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet 4, 4, 7, 3. Aha. 4, 4, 7, 3. Wie Goals Geburtstag. Nein, warte. Der war 4, 4, 3, 7. Oder 4, 3, 4, 7. 47, 11. Naja, egal. Hauptsache, man kann es sich gut merken. 44 irgendwas. So ähnlich wie Goals Geburtstag. 4, 4, 3, 7. Oh, das vergisst du dir hundertprozentig. Ja, aber dann entdeck... Ich meine so, zurück. Dann das Diktiergerät hier einmal auf dem Schreibtisch drauf. Hörbar klar. Na komm raus. Und dann einmal gehen wir zum Fenster. Ja, aber dann... Deine Mama bemerkt dich dann doch. Aber will man denen den Code sagen? Ja. Dann haben wir ein Problem. Da bemerkt er dich nicht, Rufus. 4, 4, 3, 7 war doch die richtige Kombination. Die Datasette verflickt. Ich bin verwirrt. Ja, aber dann würde er endlich auch in mir achten. Ja, aber dann... Das geht auch. Das geht auch. Geschafft. Na, fix. Ich... Das ist doch das, wo... OpenBot. Ich bin doch hier. Ja, wenn mein Stand überprüfen. Wie? Aber da bemerkt er uns. Ja, aber dann... Ja, aber dann... Ja, aber... Auch wenn das sinnlos ist... Ich probier's jetzt einfach mal, weil ich sonst überhaupt keine Ahnung mehr hab. Na komm. Geh hinter den Schreibtisch. Was passiert, wenn wir den Knopf betätigen? Ja, gut. Moment, ich hör mir grad noch mal den Code an. 4, 4, 7. Nein, nein, nein. Hauptsache, man sieht das nicht so ähnlich. 4, 4, 7, 3. Ich muss das nochmal grad hier benutzen, weil Eject und so. Na komm. Das geht auch un... Das geht auch un... Na komm. Wenn wir jetzt hier hingehen würden, das... Gut, dann würde der ein Geräusch beim Fenster hören. Deshalb würde ich das Fenster aufmachen, wenn grad der Alarm ist und dann da einfach reinspattieren. Ja, aber... Ja, das ist komplett richtig. Es geht auch noch langsamer. Eine Mini- Eine Mini- Mal ne kleine Frage. Hier hinten können wir ja sonst nicht mehr viel machen. Hier können wir nur noch so raus. Die Datasette liegt verflixt. Alles in Ordnung, hört sich da. Ja, ja, komm. Boah, dieses Gelabert. Du gehst mir auf die Eier, Obtenbot. Diese beschissene Tür geht da ja nicht. Und raus geht da ja auch nicht. Ach, und der fällt immer noch. Okay, ich würde sagen, ich beende mal hier die Aufnahme. Damit bedanke ich mich zugucken. Hoffe es euch gefallen. Oh Gott. Bis dann mal wieder. Und... Tschüss!